In diesem Video zeige ich dir, wie du den Star Wars Warp-Effekt mit den langgezogenen Sternen in DaVinci Resolve machen kannst. Zuerst suche ich mir eine neue Fusion-Komposition aus meiner Effect-Library und ziehe die hier rein. Danach gehe ich damit in Fusion. In Fusion suchen wir uns zuallererst einen Particle-Emitter und einen Particle-Renderer raus. Diese verbinden wir miteinander und lassen uns den anzeigen. Und jetzt haben wir schon mal eine Punktwolke, die wir nachher für unsere Sterne nutzen. Und wenn wir dann einen Render 3D hinten anschließen, haben wir das Ganze dann auch als 2D-Bild, aber das ist noch viel zu klein. Und deswegen werde ich ganz einfach erstmal in den Emitter gehen und unter Region das Ganze größer stellen und zwar auf 3. Als nächstes möchten wir in die Controls gehen und unter Number ein Keyframe setzen. Und zwar genau dann, wo unsere Sterne beginnen sollen. Also ein Keyframe setzen, dann ein Frame nach vorne gehen, das Ganze auf 0 setzen und dann ein Frame nach unserem Keyframe gehen, das Ganze auch wieder auf 0 setzen. Jetzt haben wir hier so 3 Keyframes und der mittlere bestimmt quasi wie viele Punkte geboren werden. Ich starte jetzt hier mit 500 Punkten. Wenn wir uns das dann im Render 3D angucken, dann haben wir dann viele kleine Pünktchen, wie du hier siehst. Okay, und wenn wir das Ganze jetzt in unsere Linien umwandeln wollen, dann brauchen wir ein Replicate 3D. Also mit Shift Space suche ich mir eine Replicate 3D-Node raus und füge die hier zwischen dem einen Renderer und dem anderen Renderer ein. Und es wird rot, weil das Ganze ja noch gar nichts hat, was es replizieren soll. Und das, was wir dafür replizieren wollen, ist eine Shape 3D. Die ziehe ich mir mal hier rein und du siehst, es ist nur eine quadratische Ebene, aber ich kann in dem Dropdown auch etwas anderes wählen. Ich wähle also Zylinder und das ist eine Röhre, deswegen aktiviere ich mal den Deckel, damit es aussieht wie eine Dose. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, das Ganze unter Transform auch noch in der X-Achse einmal um 90 Grad zu drehen, damit uns unsere Dose auch anguckt. Wenn wir das jetzt haben, dann möchten wir das Ganze um 1 in Z-Richtung nach vorne schieben und mit Shift Space ein Transform 3D-Tool rausholen, also 3XF und das hinten anschließen. Damit haben wir jetzt unseren Ankerpunkt genau dort, wo wir ihn haben wollen. Jetzt können wir in der Transform 3D-Note sagen, okay, wir nehmen die Skalierung raus für Z. Jetzt können wir das Ganze wachsen lassen bis unendlich, also so wie wir es haben wollen. Aber du siehst, es ist noch viel, viel zu dick. Wenn ich das jetzt hier in meine Replicate 3D-Note einfüge, dann siehst du, haben wir einen übelsten Klotz an komischen Sachen. Deswegen gehe ich nochmal in die Shape 3D-Note, gehe in die Controls und nehme hier mal den Radius um einiges runter, bis wir halt so ganz viele kleine Linien haben. Und jetzt zeige ich dir mal, wie das im Render 3D aussieht. Das sieht doch schon verdammt gut aus. Und jetzt kann ich quasi die Größe beeinflussen, indem ich hier die Z-Skala bewege. Damit habe ich jetzt mein Grundsetup von dem Ganzen und jetzt möchte ich eigentlich einfach nur dieses Z-Ding keyframen. Also ich setze ein Keyframe, setze das Ganze auf 0, weil es soll ja erst dann länger werden, wenn ich es mag. Und dann gehe ich ein paar Frames nach vorne und stelle das Z so ein, wie ich es haben will. Also zum Beispiel so lang. Und damit habe ich jetzt meinen wachsenden Effekt. Aber die Punkte sollen sich ja noch bewegen und an uns vorbeigehen. Und deswegen füge ich hier zwischen dem P-Emitter und dem P-Renderer noch eine P-Directional Force ein. Und in der P-Directional Force ist die Default quasi eine fallende Bewegung. Und das muss ich jetzt umstellen, indem ich bei der Direction 0 eingebe und in der Z-Direction 90 eingebe. Und damit kommen unsere Punkte auf uns zu und bewegen sich danach auch noch weiter, was super cool ist. Das Ganze kann ich dann nach dem Render 3D noch ein bisschen leuchten lassen, indem ich ganz einfach mit Shift Space mir einen Softglow hier da drauf setze und den hier nach dem Render 3D einfüge und ihn mir anzeigen lasse. Der sieht bei Default schon ganz gut aus und damit habe ich einen schönen, knackigen Glow. Zu guter Letzt möchte ich diesen Softglow noch mit meinem Media-Out verbinden und damit habe ich das auch an meine Edit-Page zurückgesendet. Jetzt könnte ich quasi meinen Cockpit hier einfach drüberlegen und habe meinen Sternenhimmel. Und wenn du noch mehr in Partikel einsteigen willst, dann schau dir doch dieses Partikel-Tutorial hier an. Ich wünsche dir viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.